Wir sind heute mit Ero Kupanens auf dem Angora Kulturzentrum, einer Veranstaltung, das Tierschutzfest für die Tierhoferhoffnung. Alle Einnahmen von Essen, Trinken und von der Tourbular gehen an die Tierhoferhoffnung und werden komplett gespennt. Das ist richtig. Und wir sind den Kastrop-Aufsinn. Genau. Alle Einnahmen von Essen Alle Einnahmen von Essen Alle Einnahmen von Essen Having die Hollywood-Mass Alle Einnahmen von Essen Alle Einnahmen von Essen Alle Einnahmen von Essen Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.